um hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer weiteren Let's Play der Korbett ja mit dabei wieder der Ricky und ja hier direkt erst mal neues Update für die die es Prozent für die Schlafmützen dies immer noch nicht mitbekommen haben es gibt ja einiges einiges neues hier in die o am Donnerstag Update Tag und ja ihr seht der Nostromo den gibt es jetzt wieder im Handel zu kaufen hat eine kleine Design Änderung und auch eine kleine Generalüberholung was den Preis und die Werte angeht und das gleiche ist auch mit dem Big Boy und dem Piranha blirr blirr passiert obwohl ich sagen muss dass der Big Boy jetzt extrem scheiße aussieht nur ganz erbrannt und es gibt jetzt für den Big Boy auch ein Design das zehn Prozent mehr EP bringt äh ja das ganze sieht dann so aus außerdem gibt es dann noch für den Spareherd die Eiges und die Citadel ein ein Veteranen Design was einen Prozent äh einen fünfprozentigen Erfahrungs- und Ehrenbonus gibt eieieiei heute ist aber wieder schwer und äh diese diese Designer erhöhen auch noch mal die Kapazität der Batterien beziehungsweise der Laser äh der der Raketen Stauräume unnötig ja äh ich hab mir dann einfach mal gedacht ey das musste mal wieder machen mal wieder sinnlos wie es auch so ist äh ums äh aus dem habe ich mir mal so ein Noströmchen geholt und fuck ich hab wieder eine falsche Auflösung sorry muss man kurz ändern dann mach mal kurz kurz ich finde die Citadel schon 30.000 äh für die Citadel 30.000 da fehlt noch eine Null äh 300 ja Leute geht's weiter diesmal der richtigen Auflösung und es dauert wieder und dauert wieder hier ist ne Mine ja geil hier sind zwei Feino und haben unter mir ne Mine gelegt Tarnys ah wo kommt kommst du ah voll herkul ist ja verpiss dich doch und tot so ich hab hier mal den Nostromo ach zack tt tt das lol jetzt hat der mich angegriffen obwohl ich gestern mit dem noch ganz gut war und jetzt nachdem ich aus NO8 raus bin Meck hat da rupt wer war denn das, wer war denn das äh Takeo der wo auch Wimms hat ach ja hä ist das, ist das nicht die Venus ja er ist Venu- Venus aber Ja, also. Ein NO8 ist Misch-Clan. Ja, trotzdem schießt er dich dann ab. Alles, was rot ist, ballert die ab. Arschloch. So, wo bist denn du jetzt, mein Söhnchen? 2-8. 2-8, oder? Dann rubb ich meinen Nozima da eben hin. Nee, 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 warte mal. Wir gehen woanders hin. Da ist gerade schön fighten hier wegen NO8 und alles. So, wo gehen wir dann hin? Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Uri schießen. Pirate-Map? Hm, okay. Ganz EZ. Aber, 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 aber. Oh, fuck, 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 fuck. Dafür logge ich mich kurz aus, denn ich hab da noch einen Phoenix auf der 5-2 stehen. Oh Gott. Und da ist das nämlich ganz, ganz simpel. Und scheiße, nein, hab ich doch nicht. Oh, eine Runde liegt mir breit. Äh, den Phoenix jetzt in der Nozzi-Dings. Ach, ich brauch mehr Angehalte, ey. Ich hab nur 4, das reicht für mich nicht. Ich muss sagen, ich mach das scheiß klar, wenn ich so seh' gerade. Ja, ist es auch so. Äh, ich brauch mindestens eine Abstellkammer sozusagen für meine Schiffe, wo ich irgendwo ein nutzloses Schiff drin hab. Na gut, da müssen wir halt den Jump CPQ benutzen. So sehr ich das auch nicht möchte. Kann man innerhalb der Piraten-Maps eigentlich den Jump CPQ nutzen? Um zu... Solange du nicht gestorben bist, oder... Um auf die Maps von den Piraten-Maps zu kommen. Achso, nein. Meine. Meine. Eier. Eier. Ja, Leute, ich koch... Koch dir auch mit Eier. Eier. Ne, ohne Eier. Wenn ja, dann schreibt's mir in die Kommentare. Ja, habt ihr in die Kommentare. Riki. Riki, ein westfälisches Fragewort mit zwei Buchstaben. Wa? Was? Wa? Keine Ahnung. Ne. Was dann? Jetzt komm, denk mal nach. Westfälisches Fragewort mit zwei Buchstaben. Okay, ich sag's dir. Hä? Hä? Geil. Hä? Das sind auch mehr als zwei Buchstaben. Das sind ungefähr... Hä? H-E. Individuelle viele S. Oh. Hä? Wo bist denn du gerade? Du Döde. 5-1. 5-1? Oh, da bin ich auch. Wo bist du? Ich bin noch am EC-Gate. Ich genehmige hier gerade ein Sabo. Ich bin mittendrin. Okay, den mag ich nicht. Ich stelle mich jetzt ins Gate, kassiere schön die Nichtangriffszone und dann kann er sich verdödeln hier. Oh, verdödel dich. Du bist ein Dödel, du Dödel. Na gut, dann muss ich nur halt abschieben. Du meisterter Dödel. Oh, ich mach so wenig Schaden mit Nozzi, ey. Das geht gar nicht. Du willst jetzt mit Nozzi-Uri schießen, oder was? Jo. Oh mein Gott. Was? Ich mag dieses Schiff. Lass mich raten, du hast kein Goalie mehr gerade. Was, gerade eben nicht? Nein, ich bin nicht. Ja, also der ist auf meiner ersten Hanggehalle, gell? Ach so. Ich hab ja vier Hanggehallen, also. You're a cheater. Die dritte ist bei mir immer die Abstellkammer, weil ich wollte ja eigentlich auf die vierte, aber bei einer vierten habe ich einen Schleifschrift. Und wenn man noch einen Nozzi-Eck hat, bleibt dann das Design von dem Nozzi so wie das alte? Äh, die benutzt ja immer nur ein Sprite. Sagst du. Hast du jemals jetzt schon einen normalen Nozzi wieder gesehen? Nein, weil ich schon lange nicht mehr in den normalen Nozzi gesehen habe, schon vorgestern. Vorgestern, als ich auf dem PS-Server damit rumgeflogen bin. Außer des, Alter, komm. Das kann schon nicht gelten. Also wo schießt man, 5-2 oder 5-3? Äh, 5-2. Okay. Eier. Bargöter. Sackgesicht. Ach, ich brauch noch 2400. Obwohl, das hat ja auch ein gutes hier, ne? Die, äh, die Flaxe, die kannst du ja auch jetzt nur noch für Credits verkaufen. Für die Leute, die es interessiert. Greppen. Was? Greppen, nicht verkaufen. Oh, tut mir leid. Ja, wie gesagt, äh. Ja, Flaxe für Uri verkaufen. Ey, das wär Uri-Masche ohne Ende. Alter! Äh, nee. Äh, ja, einmal das, dass man die Flex jetzt mit Credits rappen kann. Und, äh, der Reki hat gerade seine Flasche nicht aufbekommen. Halt die Fresse! Ist schon offen, du Flasche. Oh, scheiße. Scheiße. Ach, egal. Ich hab ja ein Credits-Schiff, also... Oh Gott, da fragt einen im Chat, was ist ein Sprung? Äh, keine Ahnung. Gehst du Gate, drückst du oben rechts, nicht links, drückst du den Kreis und machst du Sprung. Auch nö. Glückwunsch, you made a Sprung. You create a Sprung. Bye, motherfucka, bye! You create a Sprung. You create... Du erstellst einen Sprung. Oh, hallo, Interceptor. Hab ich dich nicht gerade getötet? Oh, morgen. Sieht so geil. Okay. Eier. Kommt da alle vorbei, morgen hier ist Grillparty. So, auch. So, Kaufgeldjäger, eins hoch. Äh, zwei, nicht hoch, eins. Man, ich brauche noch einen Forschungspunkt, dann hab ich wieder dicke Laser. Ja, der gute, also, äh, das muss man halt gerade mal so erklären. Ne, Ricky, der hatte zwar schon dicke Laser gehabt, aber da, als ich mir den angeguckt hab, diesen vergewaltigten, zerbombten, was auch immer, Skiltree, hab ich ihm gesagt, den setzt du jetzt erst mal direkt zurück. Äh, ja. Jetzt hab ich erstmal volle Leiste raus. Jetzt hat er das so ausgebaut, äh, man kann ja eigentlich mindestens mit 21 Punkten den Kopfgeldjäger 2 komplett ausbauen. Er hat aber jetzt 40 Punkte ausgebaut und noch nicht den Kopfgeldjäger 2. Also, das muss man erstmal hinkriegen. Du hast gesagt, ich soll volle Leiste zuerst hoch machen. Äh, oben. Du hast gesagt, ja, soll ich mal blaue Leiste raus, ist mir doch egal. Hauptsache, du brauchst irgendwas aus, was sinnvoll ist. Es war sinnvoll. Ah. Ach, was weiß ich. Geh platzen. Zum Beispiel Täuschungsmanöver hab ich jetzt noch gar nicht. Das hab ich voll. Ja, ich brauch es auch momentan. Also, wenn, dann mach ich jetzt auch erstmal Kalibrator. So, wo ist mein Derpy? Derpy. Wo bist du? Ich verpiss mich gerade in den NAZ. Jetzt, warte mal, wo waren das nochmal? Ich hab, irgendwer hat so einen Uri-Unkulator gemacht. Wie viel Uri man ausgeben muss für so und so viele Forschungspunkte. Ja, ich hab da eine Liste von, willst du die haben? Äh, äh. Peng, peng, peng. Dafür fliegen meine Raketen jetzt voll cool. Guck mal. Hui, hui, hui. Aber das ist eine dünne Laser. Letzmaul. Nein. Den Nossi mit dicken Lasern sieht so geil aus. Ja, ne? Wo kommt NIR jetzt her? Die hab ich gespawnt. Danke, scheiß Admin. Oder so ähnlich. Schon. You hacker. Ey. Ich dachte, ich hätte Kami an, ey. Mach peng. Mach peng. Mach peng. Mach peng. Nein, ich kreisel nicht. Nein, nicht so peng machen. Oh, fuck. Der hat so peng gemacht. Der hat böse peng gemacht. Gut, Kami. Der hat auch gabi. Der hat böse peng gemacht. So, Kami. Komm her. Los, cooldown. Ich brauch einen cooldown-hacken. Hallo, Annihilator. Scheiß Anis. Anomalie. Annihilator. Ist mir egal, wie die heißen sind. Grüne Box. Für mich heißen sie nur Annihilator. Yay. Müll erhalten. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. You received Müll. Ich komm nicht hier durch. Ich bin zu fett. You received fucking Müll. Oh, warte. Ist das nicht ein Paracuda? Oh, weg hier. Und wer hat den Schaden bekommen? Er hat nicht böse gemacht. Okay, ähm. Ich brauch unbedingt diese Combo-Rap-Gear. Oh, das hab ich auf drei. Als mal. Das ist so geil auf dem Test-Server gewesen. Upsala. Alter, ist mein Headset jetzt leiser geworden? Ähm, vielleicht. Ich hör dich nicht mehr. Oh. Ah, jetzt. Ach so, scheiße. Penis. 55.000. Oh, red hier. Ahm. Guten Tag. Mein Name. Guten Tag, ich bin Marcel Davies. Hallo. Ich bin Marcel Davies. Von 1&1. Hallo. Ich bin kostenlos. Ey, was ist das denn für ein scheiß Firmenkiller? Äh, beziehungsweise. Ramela, Ramela. Das war kein Firmenkiller, das war irgendeiner von Mars. Trotzdem war es ein Wixer. Wixer. Hallo. Hi. Hi. Ich find das so geil, dass man für Credits, äh, rappen kann. Da kannst rappen, wie du willst. Irgendwann sag doch scheiße, Credits. Headset kostet 2.000 und, äh, Stelle-Rap 3.000. Ich mach jetzt immer Stelle-Rap. Ich würd lieber nur noch im, äh, Credits-Chef rumfliegen. Ja, mit Bugboy. Bugboy. Der backt schön. Hallo, Saboteur. Wie geht es Ihnen? Sie werden jetzt sterben. Ja, Leute, ich mach hier mal wie der Schloss. Denn es ist schon wieder viel zu spät. Viel zu spät. Na gut, ja, wir haben schon über 20 Minuten aufgenommen. Scheiß haben wir. Nein, Spaß. Nein, 13 Minuten. Aber trotzdem, ich find das Viertelstunde langt dann aber auch. Ja, ja, aber wir haben doch noch nicht, Alter, kann ja nicht sein. Das sind 13 Minuten, 33, 34, 35, 36, 37. Alter, ist der langweilig. Äh, ja, ein wenig. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Vielleicht machen wir gleich noch ein Part. Muhahaha. Deine Videos sind schlecht. Muhahaha. Machen wir das? Ja, okay, warum nicht? Okay. Tschau. Bis zum nächsten Mal.